Schönen Abend, liebe Pfeifenfreunde auf YouTube, weder Vater so der Sohn. Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir uns heute mal die Doppelfilterpfeife aus dem Hause Lorenz näher anschauen. Ich habe hier eine Ludwig Lorenz Doppelfilterpfeife. Ich bin auf den Ludwig Lorenz aufmerksam geworden durch unseren Pfeifenladen in Augsburg. Die hatten da und haben auch immer noch Pfeifen von Ludwig Lorenz ausgestellt, darunter auch einige seiner Pfeifenobjekte. Pfeifenkunst nennt er das, glaube ich, auf seiner Seite. Ich habe dann bei ihm ein bisschen gestöbert, habe festgestellt, dass das Budget für Pfeifenkunst nicht ausreicht, bin aber eben auf die Tradition der Doppelfilterpfeife bei dieser Gelegenheit gestoßen. Das ist eine Tradition, die der Ludwig Lorenz von seinem Vater übernommen hat. Und ja, dieses leicht exotische System hat mir irgendwie gefallen. Das fand ich was Besonderes. Und hinzu kam eben, dass das eine sehr schön geschwungene Form ist. Es ist meine erste Freehand gewesen. Und durch einen schönen Zufall habe ich jetzt auch vom Vater Karl Lorenz ein Gegenstück auftreiben können. Und das ist also ebenfalls eine Doppelfilterpfeife. Und das bietet uns Gelegenheit, über die Generation hinweg mal die beiden Pfeifen zu vergleichen. Wir sehen schon, wenn wir uns irgendwie einen Blick in den Kopf nehmen, dass wir da eine mittige Zugbohrung haben. Das schätzen einige Pfeifenraucher sehr, weil es sich positiv auf die Raucheigenschaften auswirkt, weil ich dann sozusagen am Tabakpaket mittig ziehe und das für einen gleichmäßigen Zug- und Abbrand sorgen kann. Der Ludwig Lorenz hat verwendet hier Acrylmundstücke. Ich weiß nicht genau, ob er auch Ebonit, aber natürlich macht er auf Wunsch auch Ebonit, aber ich glaube im Allgemeinen arbeitet er mit Acryl. Der Vater hat ein Ebonitmundstück hier. Wir sehen, dass er einen Silbernagel eingeschlagen hat in sein Mundstück. Meines Wissens hat auch der Ludwig Lorenz früher diesen Silbernagel gehabt, aber ist dann übergegangen zu einem Bojaholzpunkt, den er hier einschlägt. Der Ludwig hat ein leichtes Fischtelmundstück. Beim Vater ist es eher in die andere Richtung hinausgewölbt. 9 mm, 6 mm. Und das System der Doppelfilterpfeife, wie man hier sehen kann, funktioniert eben so, dass man da die obere Kopfhälfte abnehmen kann. Und dann ist in den unteren Halbschalen ein erster Filter drin, ein vorgeschalteter Filter. Und dieser Filter sorgt für Kondensataufnahme. Da ist glaube ich hier drin, ja. In der anderen habe ich nicht, aber genau. Das ist also so ein Moosfilzring oder sowas in der Art. Und dieser Ring arbeitet so effizient, dass sich für mich recht bald die Verwendung des 9 mm Filters erübrigt hat. Mir ging es weniger um die Schadstofffilterung, mehr ging es mir um den trockenen und kühlen Rauch. Und dafür sorgt dieser kleine Werbefiltering ganz vorzüglich, muss man sagen. Schauen wir uns mal die Pfeife vom Vater Lorenz an. Die technisch bedingt ergibt sich da ein Bruch in der Maserung, um eben diese zwei Hälften da zusammenzubringen. Wir haben hier die Stempelung K. Lorenz, Innsbruck. Der Vater hatte eben in Innsbruck Werkstatt und Laden. Auf der anderen Seite haben wir Briere Garantie, also eine Art Zertifikat für die Holzqualität. Und wenn wir den Kopf abnehmen, dann finden wir in beiden Fällen hier dieses Holzgewinde und eben diese mittige Zugbohrung. Und wenn wir uns dann die Halbschalen anschauen, dann sehen wir also, dass tatsächlich diese Tradition eigentlich identisch fortgeführt wird. Wir haben diese Halbschalen und da gibt dann eine sehr, sehr große Zugbohrung. Die sind auch beide gleich groß. Das kann mich ein bisschen täuschen. Aber da geht dann diese große, große Zugbohrung in den Rollen rein. Und die ermöglicht natürlich auch einen entsprechend satten Zug. Und auch das, muss ich sagen, finde ich bei diesen Pfeifen sehr angenehm. Und das Holzgewinde, das funktioniert also nach wie vor, auch nachdem es hier in der Estate ist, sehr geschneidig und tadellos. Das lässt mich also auch bei der Pfeife von Ludwig Lorenz hoffen, wenn die noch ein paar Jahre in Diensten steht. Von der Form, Verarbeitung her, Technik her, kann man wirklich sagen, da steht der Vater und dem Sohn und der Sohn dem Vater in nichts nach. Und für mich ein schöner Pfund, diese beiden Gegenstücke nun vereinen zu können, um sie im Pfeifenschrank in Einfracht nebeneinander stehen zu haben und vergleichend Doppelfilterpfeifen aus dem Hause Lorenz rauchen zu können. Kurz vorgestellt, schöne Grüße von Badonios.